So, ich bei Mafia 2 zocken. Langeweile gehabt. Auto ist verschossen. Ein Richtfang gehabt. Und nebenbei, wie ihr seht, vier Sterne. Und ja... Mistvoll zu sein. Das sind du. So, der Bull ist tot. Lauf mal hin, hier liegt der Bull. Und da liegt der alte Müll. Das ist schon eh noch. Das ist schon eh noch. Das ist schon eh noch. Ein paar verbrannte Menschen. Das ist schon eh. 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 m und das war so und ich zeige euch noch der alte Das ist natürlich für Pasta. Schäden in der Blutloch. Nicht gut, nicht gut. Dreckst du bitte.